So, wir erkunden weiter dieses nette Ländchen. Aber wir haben ja hier die Marienkäferplage noch. Ja, so ein Marienkäfer, wenn der angreift, dann... Na gut, besiegt ist besiegt, aber jetzt gehe ich noch nicht zurück. Jetzt möchte ich wissen, was das hier oben noch ist, halt. In der Finsterreisenmine, was ich da machen kann. Aha, auf jeden Fall... Soll ich in die Mine? Und? Die Stank im Stollen. Kaum getriebbar, sagen die. Nun gut. Weil so viel Gas austritt. Lupin reiner Erdkristall. Mist. Den hätte ich gerne behalten. Ist wahrscheinlich ganz viel wert. Krass. Halt, ich muss hier ran. Hey! Wo bin ich da jetzt reingefallen, dass ich da gehangen bin? Ja, kann ich das nicht anwesieren? Hallo? Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Gut. Schöne Hülle. Schöne Hülle. Schöne Hülle. Schöne Hülle. Schöne Hülle. Schöne Hülle. Wir können auch noch ins Östliche. Wo muss ich denn hier überhaupt hin? Das ist dann... Da muss ich ins Westliche. Zentrales, obere Decks. Da wäre dann das Westliche. Dann müsste ich dann nach unten. Oh, wo bin ich jetzt lang? Interessant wäre es hier auch. Moment, wir werden mal gucken, was es hier vom Minenabbau so gibt. Ob es hier was gibt. Oder ob ich das jetzt einfach schon verpasst habe. Hier könnte ich ein Fade anfangen. Bitteschön. Gerne. Ich warte noch, bis andere kommen und mir helfen. Und kann, wenn das in den, äh, Quest hier anfangen. Da würde es noch hier, da kann ich kämpfen. Sind das Affen? Siehen aber süß aus. Ne, die Gegend kommt wohl keiner. Ne, die Gegend kommt wohl keiner. Und das ist mir rausgekommen. Was ich noch hier anfangen? Ja. Lass mich. Nein. Das war ein Rasselgang. Verdammt. Das war's für heute. Ja, Fates sind wichtig, auch wenn es regnet, so wie gerade eben. Sonst kommt man ja auf die 1000 Knie zusammen. Hey, wo ist mein Helfer? Ist er weg? Schade. Ja, Fates sind wichtig. So, fertig. Ein neues verteidiges Ereignis. Wie viele brauche ich denn von denen? Wie viele brauche ich denn von denen? Ach so, ich fühle mich so großartig. Wollt. Buga von 428. Ich glaube, ich nervte gerade, weil der hinter mir herläuft. Ne, der ist ziemlich stark. Wollt ihr? Oh, was wird denn da gelehrt? Ja, eine Herausforderung. Ja, und da geht's halt jetzt da hin, ne? Also, ein paar weitere Angreifer könnten mich sehr gut betragen. Ein bunter Bildschirm. Oh Mann, ich stirb jetzt da wieder. Das ist ein harter Brocken, Mensch. Ich kann nicht mal Standards, also Attacken meistens machen. Zu wieviel sind wir denn gerade? Eins, zwei, drei. Ah, ich kann nicht mehr mit dir. Da. Ja. So, das war's. So, jetzt schafft es knapp. Komm, schafft man nur. Oder ich schaffe es nur. Wow, das war für echt knapp. Der Bazi war nur übrig. Ich möchte mal ins östliche Lanosea schauen, was da so los ist. Regenfärberinne. Oh, das ist ja idyllisch. Ja, wir gehen zurück. Das ist noch nichts für mich. Es sind zehn Stufen über mir. Das kann ich vergessen. Gehen wir brav wieder zurück. Und sprinten einfach mal Richtung nächste Ansprechperson. Ja. 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 Und jetzt noch der letzte. Kann man sich da auch ans Ding ranhängen. Wenn ich hier so stehe auf diesen Felsen und springe, wenn es vorbei kommt. Moment. Da komm ich ja nie im Leben hin, oder? Ja. 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 Und da unten liegt wieder ein neuer Fate. Da hab ich mir jetzt etwas. Hey, ich hab sogar bisschen Routine bekommen, cool. Krass, viel. Und das Lösling wieder. Komme ich so eigentlich auch da hoch? Hey, tatsächlich. Okay, jetzt bin ich zwar aus dem Fade heraus, aber... Gebe ich heute schnell den Bericht ab und komme nachher wieder. Ja, dann Marine Kiefer. Dann haben wir hier so gut alle Quests guterledig, ne? Das ist alles. Auf jeden Fall. ... ... ... ... ... Klasse! Ich kann eigentlich mal schauen, wie viele ich jetzt schon hab. Wahrscheinlich sehr... frustrierend. Halt. Wie viele Gegner habe ich? Ah, es sind nicht sehr viele. 10.000 brauche ich für die Trophäe, krass. Oh nein, ich hab noch nicht mal 100. 79. Ja. Das ist wenig. Da muss ich auf jeden Fall noch was tun. Ach ja. Selbstöffnete Tor. Ja, ich werde hier einfach mal die Nacht, glaube ich, mal ruhen und morgen weitermachen. Mal gucken, was hier noch so ist. Also, es ist ja ziemlich Fade-bereit. Hier kommt man gerade, aber... Wir sind gar zu wenige Spieler, glaube ich, unterwegs. Außerdem ist es schon etwas spät. Ich bleib hier einfach mal die Nacht. Und dann gucke ich morgen mal weiter. Und dann...